So, meine Freunde, der feuchten Twitch-Angel-Unterhaltung. Wir gehen rein in die besten Clips der Woche, 107, 2 von 2 von Twitch Clips Germany und starten mit Zembus Angel Channel und wollen mal schauen, ob wir die ganz dicken Fische an Land ziehen oder ob das heute mehr so kleine Flunnern werden. Man weiß das nicht. Wir schauen rein, bis gleich. Äh, ja, ne, ihr seid ja da. Also, Daumen und... Und der Rude ist jetzt... Und ich... Aua! Das war das für ein Scheiß hier, ey. Das liegt dann zugenäht, ey. Ist ihr bei Storage irgendwo? Ja. Ich hab schon kaum's gefickt, ey. Alter! Ey, Hauptsache... Das ist wie diese Play-Bilder, wo so ein Video ist, wo dann immer so hier, wie kannst du den und den verarschen, wo dann so ein Play-Button in der Mitte ist und jeder draufdrückt wie so ein Depp und das Bild immer nur größer wird oder halt nichts passiert, weil es halt kein Video ist, sondern ein Bild. So hab ich da eben versucht, den Maus-Cursor hier aus dem Bild zu ziehen. Junge. Zweiter Clip und haben sie mich direkt gekriegt hier, oder? Was soll das denn? Ich hab schon kaum's gefickt. Schwierig. Gefickt. Ich filmen, Leute, hobbymäßig, wie sie laufen. Alter Queen. Ich stehe hinter den Bäumen. Das ist meine Beschäftigung, wenn ich draußen bin. Weil die holen den jetzt wieder hoch, ne? Nein! Ich dachte, das wird jetzt der Wege am Hof, Alter. Da verrecken wir, verlieren alles und finden dann ne fucking, was ist das, UMP? Ja, ne, ne UMR. Alter. Oh Mann. Ja, dreh um. Danke. Jetzt sieht es okay aus. Ihr seht. Korean. Ah, jetzt ist sie mir runtergefallen. Okay, ich hasse diesen Tag. Immer wieder mal Löcher kriegen könnte, weil das hier richtig... Alter. Danke, was ist mit dem Sch... Junge. Was ist mit dem Schiff? Was ist denn, was passiert hier? Bitte kippt das einer, Alter. Du, na, halt. Right it. Ha, ha, ha. Oh, den man pickt. Oh Gott, 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 oh Gott. Verdürft. Alter. Oh, was ist das? Das war's. Oh, kann man nicht hier, äh... Ne, kann man nicht... Das war das. Halt, eule, bis 8... Nöe. ich hab die fordschung ja gg der alert alter das weiß ich ja nicht mal großartiges spiel ja das hätte ich nicht sagen sagt das weiß ich auch ich bin überfordert ich bin einfach jetzt bin ich eine biene bisschen schiss habe ich schon noch mal gucken was passiert mikrofon ist weg alles klar kiefer ist ausgehakt der easy einer easy die werden gleich in einem stück runter geschluckt alter und jetzt beißen alter krass man alter was ich glaube ich nenne ihn man könnte man denken ich habe ein delphin weil also wahl genannt aber ich hatte keine wahl noch gerne eine situation machen die kenne hallo meine freunde und herzlich willkommen die ganze folge ist mir wasser wie gut ist das denn ich sag mal nicht schreibt man die kommentare wie das gewesen sein soll warum denn jana was denn kann doch auch nichts dafür dass ich so ein gutes körper da bin nur für euch warte mal einmal kann man auch so man guck mal so digger lol ist das jetzt eigentlich fischkopf du kannst auch machen achtung 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 hier könnte etwas liebes stehen hättest du nicht gesagt dass ich dich immer fronte du doofe kuh wir sprechen uns noch der schmink stream kommt verlass dich drauf dicken kuss auf die gurke jetzt stelle ich mal vor ich hätte noch die weißen klamotten von eben angehabt dann hätte ich mich glaube ich legit einfach erhängt ich hätte mich bei lebendigen bleiben oh es läuft mir in arsch ok ich muss jetzt weg machen ok chat nice 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 ach man der war schon der war ziemlich sexy leute der war ziemlich sexy ja ich mag halt auch pickups ne ist halt das halt meine welt was soll ich sagen pick up die macht es knack geschmack ist geschmack sache so so pick up schoko oder klassisch was ist denn pick up schoko was ist der pick up schoko das habe ich ja noch nie gehört pick up schoko ach so ach so leute pick up mag ich auch nom 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 ein teelöffel fleischbrühe in 200 milliliter heißes wasser lösen dazu senf und ein paar spritzer maggie und einen schuss rotweinessig das waren die angaben meiner mama ne so ein schuss und ein spritzer und jule hat sich beim machen gedacht ein schuss und ein spritzer verdammte scheiße schul fußball jemals gesehen hast alles gehalten da habe ich ein einzig krieg das fand ich das fand ich nice das fand ich nice das fand ich sehr nett dass sie mir dann eins gegeben hat ja jetzt kommen sie wieder um die ecke hat das tor kommt aufgefüllt hahaha nein das war ein richtiges fußballtor wir haben richtig auf dem fußballtor gespielt das ist halt schwer so hoch zu halten ich hasse saure sachen das ist richtig ich hasse dich dafür gesichtskirmis alter jetzt mir jetzt euch ich auch ihr in auch 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 Bau auch mal Mauer weg. Das ist so falsch. Das ist einfach so falsch. Das war's auf jeden Fall. Die Tür geht nicht mehr ein Stück weiter auf. Machst du das öfter? Jetzt? Zieht man das so gerade im Spiel? Jetzt bloß kein Klammer auf dem Hinterkopf. Ganz schön. Oh Gott! Organsaft konzentriert. Was? Du lest richtig Orangensaft. Organsaft. Oh, Bruder. Man liest immer das, was man nur lesen will. Weißt du, wie das ein bisschen aussieht? Oh, was ist das? Ich bin Brizzy, das kleine Fliego-Deal. Flieg in der Luft, das ist ein feines Spiel. Wenn die Schwerkraft kommt, dann falle ich auch runter. Aber solange ich davon nichts weiß, flieg ich hier hin und her. Wir haben keinen Bock. Junge, äh... Ach du Kart, Junge! Wir haben ja morgen ein totales organisatorisches Hindernis, was ich lange nicht mehr hatte. Wir sind ja morgen... Ach so. Endgültig sind wir ja dann in Frankreich. Was sich schon mal falsch anfühlt, weil wir nicht auf Ketten dahin reiten. Aber... Hahaha... Hahaha... Hui... Kann man machen. Wir sind kurz davor. Das schaffen wir, komm. Ey, wenn ich jemanden Euro dafür bekommen würde, dass Frauen kurz davor sind, ne, dann... Hahaha... Wie bitte? Wir müssen hierher holen. Wir müssen hierher. Oh! 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 What? Oh! 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 Hey, Umlik, was passiert hier mit mir? Was passiert hier mit mir? Was passiert hier mit mir? Hahaha... Bitte glücken, Leute! Ich flieg! Ich kann fliegen! Ich bin Superman! Ja! Hahaha... Hahaha... Was ist denn hier so? Alter... Bugfrei ausgeliefert, das Spiel. Kann ich hier scheißen? Was ist das? Warum ist das so untertrieben laut? Wow! Jimmy kann euch nicht hören! Evo... Ja? Evo... 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 Ivo... ... Das bei... gefühlt 113 Grad draußen gestreamt werden sollte, denn... die nächsten Tage, heute und morgen, beginnen ja Fußballspieler immer um 18 Grad... Eh... Hm... wir gehen immer um 18 grad und um 21 grad uhr geht es dann weiter schöne farbe schöne farbe schöne farbe richtig schön die farbe sieht schön aus die farbe noch mal wie ist die farbe leberwurst metallik geil oh gott ich freue mich schon so auf die server freunde was ist das für ein spiel was passiert jetzt ich bin weggebackt oder ist das absicht wie reagiert eine frau hast du nicht gemacht oh mein gott ich werde ja ganz rot hier jetzt weiß ich nicht was ich tun soll ich glaube ich muss direkt mal meine freundinnen anrufen und ihnen erzählen was gerade vorgefallen ist oh mein gott ok krass hier wird man erstmal wieder schön in die luft gepackt kapitalisiert was kapitalisiert kapitalisiert einfach mal schön in die luft rein kapitalisieren ich meine du kannst dein dino ja bei mir lassen und ich mach dir ein paar babys und du suchst dir eins aus zum ende und was ist wenn du ein unartiger hund warst dann kannst du mich auspeitschen aber ich muss auf der wiese kacki machen darf ich okay aber nur wenn ich dann das kacki dann auch holen kann mit einer tüte und dann mir das ins maul stecken darf das total streamer ist und nicht im marketing vernünkt einer süßigkeiten agentur arbeitet denn coole sandwich drops gibt es natürlich nicht der kleine hund kommt b noch 30 sekunden also der kleine hund ist ja nicht im kopf 3 2 1 aber hier habe ich ganz schön ich bekomme doch okay ja 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 ich kriege ja Kakao, Leute, ist das zu fassen. Ich krieg Kakao in der Spider-Man-Tasse. Meine Frau ist die Beste. Alter, Ehre. Mein Relaxo. Noch cooler wäre das natürlich in einem Ehrenbecher, aber naja. Das kommt jetzt, hä? Liebe Antonia, ich hab gehört, du hast Geburtstag. Und dazu wünsche ich dir aus dem Dünnestag alles Gute. Und wo wir schon dabei sind, wir können nochmal zusammen zocken. Am 21.07. bei der JU-Multiplayer-Nacht. Was? Ganz strong, Alter. Alter. Oh mein Gott. Fua. Ihr wollt das Original. Geil, Scotty. Jawoll. Ihr wollt es doch. Du hattest, ne? Ja, ja. Den stecke ich jetzt hier rein. Ja, ja. Dann ist er weg, nein. So, bist du bereit hier? Ich bin richtig bereit, ja. Okay. Okay. Siehst du noch, ne? Ich sehe ihn, ja. Ist noch hier, ne? Ja. Ist noch hier. Ja. Immer noch da. Ja. Alles gut, ne? Ja. Ist immer noch hier. Ja. Wo ist er? Auf. Wo ist er? Ich habe keine Ahnung, Freddy. Ist weg. Und? Rechts von dir aus gesehen. Oh, das ist richtig. Ja. Okay, bist du bereit? Ist ein Two-Coin-Monti, ne? Jetzt bereit? Ja. Ja, guckst du genau hin. Ja. Und? Ist er an der rechten Hand von dir aus gesehen? Oh, das ist falsch. Oh, das ist crazy. Wie hat er das gemacht? Oh mein Gott. Ey, wie viel Parfüm hat die hier reingeklatscht? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Wie viel Parfüm hat die hier? Ey, meine Bude stinkt richtig nach Mädchenpups. In einer ganz wilden Zeit, Trickmaniac Grind, wo ich gar nicht aus meinem Zimmer gekommen bin und in Punica Flaschen geschifft habe, da habe ich locker eine am Tag vollgemacht. Was machst du gerade? Sag, ich hab die Hand in deiner Hose. Leo, willst du heute mal wieder dein Essen mitten in die Kamera zeigen? Scheiße! Junge, 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 aber auch wieder eine ganz, ganz starke Compilation. Deswegen, Freunde, Daumen nach oben dalassen bei Twitchy, äh, bei Twitchy, bei Clipsy und bei mir und auch gerne Abos dalassen bei Clipsy und bei mir. Das Originalvideo findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Und wir sehen uns zum nächsten React oder www.titch.tv-gasterip, wenn ich da live bin. Also, mein Freunde, adios, bis demnächst.